Ich hab'n Turbater noch nen Kau, so ist nid. Dann kann ich da auch nicht zu 6.0 springen, wenn's schon 6.4 zu dürfen gibt. Aber dann muss ich mal wechseln, oder? Wechseln ist Spaß. Was? Der Tom ist wirklich echt? Ich hab doch gesagt, das geht gleich der Tom jetzt. Es geht gleich der Tom. Wurscht. Mach' ich, seit mal nen Tom zu haben. Der Tom. Oh, wo hat er denn? Oh, das ist er. Ist das du? Ich bin das ja. Ich bin drunken. Ich hab's doch. Nein, ich hab's nicht. Nein, ich hab's gar nicht drunken. So die Tom um den Kaut scheitig. Hä? Bin ich jetzt? Ich bin oben und ich hab's drunken. Nein. Ich bin drunken. Hä? Ich bin drunken. Du hast ja dann bitte. Ja. Hast du? Ah, jetzt checke ich das. Wir merken mit Beschlägen zum ersten Mal. Nice. What the fuck? Was war das jetzt? So. Hier ist eine kleine Eröffnung. Ja oder sowas. Vorsicht. Das schafft es echt. Nee, aber. Hä? Unter mir? Die Gasmaske. Genio. Ich hab's nicht. Die Gasmaske. Genio. Uuuuuh Ja oben weiß er Das ist auch nicht gut Du? Ja Oh fix! Holger ist gar nicht wegschossen Ja Was? Das wird ja tot Ja Warum stellt er denn da blöd umeinander? Was plötzlich? So, mal checken So, reingelst du mich Ja Bis unten gleich Das ist das warm Unten müssen Na gut Das bin ich Na ja, das ist ja schnell ein Mixstoff Ist ja zu witzig Ja Der ist ja schon dermaßen angepisst von uns zwei Ich hab ihn umgekaut, wo er es nicht zählt ist Ja Das war ein guter Ja Immer noch Ja, die Richtung müssen dauert Wenn man da rauskommt Das ist ja wie der Alarmsnär Das war es ein guter Ja Ich bin Ja Du? 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 Das ist lustig, weil eigentlich jeder quasi jetzt jeden Tisch ohne in den Topf spielen kann. Oh Mann, ey. Das ist ja nichts. Auf welcher gehts ja eigentlich. Wo ist er? Ja, Mann. Wo ist er? Ja, ich hab ein bisschen, dafür tun wir eigentlich nichts machen, aber bei ihm. Er kann eigentlich quasi lustig werden. Echt bitter. Aber ich brauch da gar nichts machen. Er muss patrouillieren und patrouillieren und patrouillieren und ziehe nichts. Das ist mein Magnetiumzeichen von mir. Wollen wir es nicht auf, oder? Nein. Da hätte ich aber jetzt echt Zeit, dass ich mal in den Holzkasten trug und mich heilen darf. Ja, sch. Und jetzt ist er schon nichts mehr. Boah, ich darf jetzt mein Bruder erleuchten. Schade so. Oh, woher ist denn das? Wie war das so? Das ist schon ein bisschen plassfänglicher, aber, hey. Oma? Hä? Jetzt weiß ich nicht, was so ein Turbo ist. Bist du unten? Bist du unten? Ich bin oben drin. Bist du unten? Bist du unten? Ich bin unten. Oh, ich kann noch Mühe essen. Das bist du jetzt oder was? Nööööööö, willst du ein Finger oder so? Er ist ja zwei, ich habe jetzt auch mal. Okay. Jede Frage. Ja, ich sehe ja, wo du es jetzt bei dir umsetzt. Tu und du du. Das wird so dermaßen, wenn da die Richtlinie ineinander stehen kann, so ein Lichtgerade. Wo ist denn da jetzt? Ich muss den sehen. Das ist ja eigentlich, wenn die Korrekturkulisse dort ist, heißt das, dass ich irgendwas höre, oder dass ich einen Feind höre? Im vorderen Kreuz. Weil jetzt zum Beispiel... Halt oben. Halt oben auf den Rücken. Hahahaha. Halt oben auf den Rücken. Scheiße! Das war so dämlich. Was ist denn da? Erstmal... Bei mir übeln. Nein! Wo ist das? Bei mir direkt. Hilfe! Hilfe! Bei mir direkt. Was weiß du bist? Bad unten. Im Bad wirst du gehen. Im Bad. Und ich habe keine AC-Granate dabei. Was weiß. Was weiß. Halt oben. Halt oben. Halt oben. Halt oben oben. Halt unten. Halt oben oben. Nicht mehr zu peek! Kann ich nichtета Famigl? Mo... Nee, eh Die alte Karte ging selbst mal Fack auf wen ich hätte Da war ich noch nie Ja, das ist das Ding geworden Es wird gleich schon geschlagen oder Die Toss Immer da unten oder aus? Hahahaha Ich habe keine Ahnung, wenn ein Ding geschissen wird Geschissen Geschissen Den Lippen schon Das hat deine Maske Kommt doch anseiten wieder her Zum guten Gebäude Ich habe keine Ahnung, die Beute 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 Ich habe nicht mehr Ich habe keine Ahnung, die Beute Jacin Nein, was hast du das gemacht? Zucker Ich habe keine Ahnung, hat sich nicht So gut. Und bitte. Ja. Super. Du flüßt. Schön. Schön. Das ist krank. Fühlt's gar aus, wenn du dann klatschst. Das ist bloß noch krank. Das ist echt bitter, das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Ich hab so ein bisschen drumherum gehabt. Ja, ich hab's schon klar. Jawoll. Hä, das ist wirklich wieder umgehen. Ja, aber ich muss nicht sagen, alle gehen los nicht. Ich kann mich irgendwo überlegieren und dich und so ok Soll ich raus was tun? Ich geh mich nicht auf die Hände aus